Ich habe hier so Klebserben gemacht. Boah, der ist auch nicht wert. Ja, der braucht auch ein bisschen mehr. Ich wert den so. Ja. Ja, das ist ein Lichtauberflug. Das ist ein Lommel. Ja. Aber das ist ja voll da. Ja, das ist ja. Das ist ja kein besonderes Samenrecht. Jetzt mal von oben runter. Und jetzt mal von oben runter. Der gleitet ohne Ende. Das ist normal, das tue ich an der Motordrehung.